Perfekt So, wissen wir, warum lassen wir erstmal? So, dann mag ich hier ne kleine Runde zu Ende Oh, Fiora! Oh! So, bin schon besser als sie? Oh Gott! Ja, die ist ein bisschen sehr stark Weißt du, was? Ich probiere es nämlich mal aus Im Kampfverlauf, gesenkte Abwehr für dich Ich probiere es mal Ich probiere es mal so Ja, bin jetzt deutlich schwächer 6000 Punkte schwächer Aber mal gucken Ach, Fiora Ach, Leute, ne? So, ähm, so, oh Ähm, Thunderback Chronicles ist schon echt ein schönes Spiel Oh Ja, gut gemacht, Fiora Ich meine, natürlich, Lucina Das ist ein verarschen Alter Ja, Backslash, Alter Oh Gott Nein, ich hab den voll getroffen Nochmal Das war jetzt Also wirklich jetzt Viel Spaß, Marcel Alter, wat? Dieser Geist Spoilert Ich hab ihn heute richtig erst Ja, ne? Bereit Los! Ich hab noch mein Schild ungünstig brechen lassen Das geht also nicht Guck mal, wie Lappen die da Warte, wie für Lappen sind er da Und Sprung Und Sprung Schläts Oh Gott Sag mal Tschüss, Schulk Tschüss, Schulk Da bist du Schulk Oh, sag ich Ich hab'n Endehaken So Bomben Die Linksbomben sind richtig cool Dass du die Fernsehen kannst Sprung schnellst Sprung schnellst Was? Nein So Sag mal Leute Wenn ich so an Link denke Kampf beginnt mit grüner Box Ja Okay Macht metallisch Schöner Spoiler Für das Spiel An sich Ja, es ist okay Nee, aber Sag mal Leute Wegen Link jetzt Weil an sich Es gibt ja mehrere Links Ja Aber es gibt den Twilight Princess Link Der ja in gewisser Weise Ein anderer Charakter ist Den gibt's halt nicht mehr Also an sich Fehlt doch einer Der früheren Kämpfer Der fehlt Also everyone is here Ich meine Das ist jetzt Wir haben Link aus Wind Waker Wir haben Link aus The Green of Time Wir haben Link aus Buzz of the Wild Aber den Link aus Twilight Princess Ich finde das ein anderer Charakter Ja Der früher da Wann jetzt nicht mehr Aber erstmal Dankeschön Fluffy Kirby Für deinen Wii Sub Dankeschön Für deinen allgemeinen Sub Danke dir Hallo Finn Na So komm, jetzt haben wir Schon eine Runde rumgelaufen Komm mal hier Richtig schön hier Ja Alles abgegrast So Ja, dann Kommen wir erstmal Überall hier nicht weiter Schön Ja, insofern denke ich Man wird das ganze Live-Let's Play so ablaufen Ich werde halt gucken Alles immer so abgrast Was ich kann Bis irgendwann eine Sackgasse ist Alter, voll auf so einer Rennstrecke Geil Gegen den Octoling Ausdauerkampf Okay Ich habe hier auf nur Der Gegner setzt Auf seinen Special Standard ein Das ist problemlos Drei Links reicht nicht Naja, also wisst du Jetzt mal ganz außen vorgenommen Ja, genau Siehst du Der Twilight Princess Link Wurde mit Breath of the Wild Link ersetzt Also an sich Es ist nicht mehr derselbe Boah, wie viele denn sind Das passiert ja auch richtig Hier auf so Aber wenn er halt nur Sein Special macht Sollte er nicht so viel abziehen Ist ja gut jetzt hier Was heißt denn Scheißpilz Was soll ich denn damit Halt ab hier, los Ist schon scheiße Zack So Stimmt, wenn du so willst Der Erwachsener Auf Timelink Ja auch Wenn du so willst Stimmt Also Leute Lasst euch nicht verarschen Everybody ist hier Everybody lies Doch gerade Voll übertrieben So Aber es sind nur so Kleine Denkanstöße Die hier so nebenbei So, wisst ihr Das sind so Gedanken Die kommen halt Ich will aber viel Spaß finden Wird geil Und danke, dass du eingeschaltet hast Alter, geil Mit so einer Randstrecke, ey Oh, Judy Oh, oh Als Bayonetta natürlich Ja So, Ausdauersmash Nochmal Na gut Vielleicht haben wir jetzt hier Die Ausdauerstrecke erwischt So, dann mach mal eine Empfehlung Was mit Rosetti Dann doch lieber den hier Mach mein Gewicht schwerer Ja, super Äh, Schnuffel Wollschnuffel Äh, Tempo langsamer So Toll, ich kann mich nur verlangsamen Oh, gut Dann Ja, komm Was soll's Erhöhte Angriffskraft für Gegner Setzt auch seine Seite jetzt ein Toll Sprungkraft verringert Ich kann trotzdem noch gut springen Oh Mann, der hat keine Daten Scheiße Ich verwechsel mal, dass er keine Daten hat Oh Mann, ist so langsam Dann halt auf die Blüte, Alter So, und der Bumrah killt Oder auch nicht Alter What a Master Sword Ey, wie lang das ist Imperator LP Danke für deinen Sub Dankeschön Für deinen Re-Sub Mega super Ich hoffe, wir dir auch Oh, Giftresistenz Cool So Dann zur Tour, ne Gleich, Alter Bio-Wax Den hab ich aber schon Das weiß ich In der Gegend mit Wolf Der Gegner wird durch Essen Kampfstärke Im Kampferlauf Massive Items Massenweise Nicht massiv Massenweise Ja, die ganzen kleinen Hinweise Die ganzen Anekdoten Sind alle sehr, sehr liebevoll Aber man wird nicht alle kennen Ich glaube, die kennt man nur Wenn man ein Fan-Mitarbeiter ist, oder? Verdammt Ja, Leute, wie geil das ist Er hat schon erzählt Das Link Wenn er volle Energie hat Jetzt, okay, zu spät Wenn er keinen Schad hat Dann kann er seine Dinger da streuen Das ist voll cool, seine Strahlen Hier, Bomben Hier, Bomben Gewonnen Einfach rausgebommen Yeah Bei Rudex Nicht mehr neu Hab ich schon Aber ist nicht so schlimm So Hat es wieder ein bisschen GP Oh, 10 Abenteuerjuwelen Jawohl So Oh, komm, hier ist ein Auto Kann ich damit fahren? Der Wild Goose Könnte dich über die Strecke tragen Doch wer soll sich nur für die Wer soll sich nur für die steuern? Oh, der bräuchte ist ein Typen da Ist ja Ist ja cool So, dann ging es hier nochmal Irgendwo anders runter? Nee Ja, das ist erstmal Leute, wir haben erstmal alles So weit erkundet, was geht Ja, überall Das sind Sackgassen Da gibt es bloß nur einen Weg Mal schauen Was ist der hier? Ah, da ging es Smoke Mariner Ah, cool Giftwolke Okay, warte mal Dann bräuchte Ich hab doch hier so ein Gift Ich hab doch gerade bekommen Giftresistenz, ne? Wo haben wir sie denn? Alter, ich hab Broxas zweimal Hier ist er Die Giftresistenz Ja, damit ein Häkchen, Alter Check Perfekto Der LL Abkürzungs-Emo Ich hätte dich fahren können, Marcel Aber nein Ja Ich bin giftresistent, Wario Obwohl, naja Ich krieg nur weniger Schaden Alter, wird hier stinkt Alter Wario Mann Gewonnen Gewonnen Das Feuer und Explosionsangriffe Hoch Smug Das Startschaden 50% Als ob Mach ich nie So, nächste Staubwolke Bitte entfernen Sie sich So, jetzt haben wir hier eine Die Kannst du sagen, was ist denn jetzt los? Aber da passiert was Licht, das aus dem Riss dringt Versperrt dir den Weg Na toll Oh, es ist zu hell Oh Aber Link, du bist doch hier Der Breath of the Wild Link Das ist doch hier Link Link Wecke das Licht Oder war das nicht so Ihr ist doch aufgewacht durch Licht Warum hat der so eine Angst davor? Die Tür ist zu Also irgendwelche Abkürzungen freischalten Ja, da können wir jetzt müssen eine Richtung nur noch Das ist ja gleich die hier Ja, guck mal, hier ist der Fahrer Hier ist ja der Fahrer Dann können wir nochmal zurück Geil So, dann können wir gleich nochmal Ne? So Perfekt Ja, du bist das Licht, das Heido wieder erstrahlen lassen wird Am Arsch Genau, Chris Du sagst es Papiergeld Du sagst es, Alter Bosa Bitte beruhigen sie sich Oh Gott Wir haben gleich den Fahrer Für das scheiß Ding Ich nochmal zurück Ist ja klar Oh, komm, jetzt hab ich die Waffe Ja, wer ist jetzt hier am Drücker, hä? Wer ist hier am Drücker? Du nicht So genau, das ist der Pico Schön Hat ich noch nicht Ja, der war wirklich neu Tja, für Gamer ist Licht tödlich Konkurrenz bekommt Link halt nicht gut So Ey, da gibt's doch ja noch einen Extrakämpfer Oh, kling Ey, wie groß die Karte aber auch ist, ja Ist schon geil So, ihr könnt jetzt hier, ne Oh, Lucario Holen wir uns gleich Aber erstmal nochmal einen kleinen Umweg Ein bisschen Backtracking So Aber ich geb den nicht aus, ne Der fährt einfach nur für Alter, Nick Flame Was ist denn das? Kenn ich nicht Alter, mit Sonic im Team Habt ihr gerade gesehen, ganz kurz Scheiße, ey Nick Flame Extremes Tempo für alle Ja, Sonic und Fox dabei Genau Hatte das hier immer aus diesen Mi-Games Tja, zu slow, Sonic Achso, das kommt erst noch Jetzt, jetzt kommt wahnses Tempo Tja, tschüss Tschüss, ne Ach, Ness Aua Ness, ein Peak of Fire Ist so scheiße geworden Was ich so aus Online-Kämpfen weiß Also der ist gut geworden Weil den kannst du nicht mehr Spot dodgen Spot dodgen Geht richtig scheiße So von wegen so Dass du so ausweist Wenn du bekommen siehst Aber irgendwie ist die Hitbox so lange Dass du trotzdem getroffen wirst Du weißt, wie am Anfang aus Aber dann Du bist trotzdem getroffen Jetzt hau doch mal ab Mensch, Ness, Alter So Gewonnen So, dann fang Cruiser mal ein bisschen rum Aber dann gibt's dir bestimmt Captain Falcon Bei der Rennstrecke Ganz bestimmt Man kann die Schwierigkeit nochmal im Nachhinein umstellen Aber, naja Nee, Leute Wenn sie bloß die Story ein bisschen hier fun haben Ja, das ist bestimmt Captain Falcon Ende der Jairo Wing Oder der Mach-Wider, Alter Ach ja Die guten alten Gerüchte Die guten alten Gerüchte Dass der Mach-Wider kommt Erhöhtes Lauftempo für Gegner Der Gegner startet mit dem Nintendo-Scope Nintendo-Scope Mit der Weapon Bereit Los Summer Oh Willst du eine Waffe haben? Willst du? Hol sie dir da Hol sie dir Okay, ne, wie soll Alter, habt ihr diesen Weed gesehen? War natürlich voll geredet So, mach Wider Cool Wie mega das alte NES-Game Ich hab ihn einfach weggeschossen, Leute Einfach weg Snipe Ja, einfach weggesniped So, komm, dann fahr ich hier einfach Nein, nein, zurück Drin hier oben So, dann komm ich halt so dahin Exide-Biker Jawohl, Wario natürlich Und der geile Musik Der Gegner des Offs Sein Special seitwärts ein Okay, es sind vier Warios Einer so Und drei, die noch dazukommen Alles klar Da fahrt er ja richtig gleich über den Haufen, ey Aua Der Tor Ich setz Wisse Ich setz oft meinen Smash Up ein Würde bei mir stehen Setzt oft Smash Up ein Ich will sagen Die ganze Zeit Und manchmal Abbie Und manchmal Gewonnen Alter, die Strecke hat ihn gekillt In der ersten Fall In die Strecke geflogen Einer Lauftempo erhöhen Ist nicht schlecht So als Sub Oh, hatte ich aber anscheinend schon Weil da steht kein kleines Neu da oben Hattig also schon Aber macht bisher Spaß Der Abenteuermodus Uns kleine Events Ich finde die Die, die, die Mappy-Staltung ist sehr, sehr cool Dass wir von allem Irgendwas da ist Eine riesengroße Map Jai-Woo-Wing Okay Ey, pass mal schnell an hier Geil Vor die Motorradbande Ja Der Gegner erstarrt Mit einem Raketengurt Naja Was soll er damit reißen, hä? Hier, Mann Hier, Bomben Bitte Bomben Ja, super Raketengurt, Fox Richtig toll Schluss jetzt hier Boah, ich bin ja runter Ich bin durch den Boden gefallen Verdammt Beiner nicht gemerkt Glück gehabt, dass ich Oh Mann, Fox Also Hier Man, dann halt wieder ab, ey, ey Ab, ey, vor allen Dingen Ab Special und Side Special, so Wieso hat so ein Teil Eine Seele, so ein Heli Ja, äh Ja, das ist an sich Ja, das ist eine gute Frage Ist eine sehr gute Frage Aber man weiß es nicht Wenn du geistert mit Chips Fütterst, alle werden sie noch krasser So, dann drehen wir unsere Ender hier rum Alter, Jack Levin Nochmal so ein F-Zero-Fighter Oh, der ist aber stark Also ein bisschen jedenfalls Nimm mal den, nimm mal Leute Ey, Helis haben auch Kühle Gegnerische Ultrasmash ist plötzlich bereit Der Gegner erhält im Kampf Verstärkung Von drei, wie für Trainerinnen Von drei Frauen also, ja Oh Hau mal ab, Alter Mit deinem Ultrasmash Hadouken Dinger, äh Spieler setzt oft ab B ein Und oft ab R Der Verwarten, dass er sich in der Eingriff Und sein Scheiß Item, meine Damen Schläzen, Socken Und zack Oh Gott Nicht mich tot kommen Boah, Triple Erfasst Also Triple Treffer Aber nicht Triple Kill Ähm Der hat gerade irgendwas gesagt Von wegen denen da über ihn oder so Schrott, Alter Wow Ich habe gerade festgestellt Ich, ähm Ich habe meine Einschuhung noch gar nicht Oh, das kann ich aber richtig ausrasten Wartet mal So Ken ist schon mal tot Ken ist nöt Oh, zack Ja, verdammt Ich springe auf hoch, Mann So, halt weg Prio Leute, da hat der Gegner einfach Prio gehabt Ja Ne, ist debatable Aber Prio Ich meine, mein Angriff Ging schon los Ihr habt gesehen Der Schlitz Saß fast Aber wie Los Natürlich ist es Bevor eine Verstärkung Komm Pass mal auf Hier Oh Gott Tue dich jetzt Nein What You can Ach, die Bombe Oh, der hat jetzt sehr gesammelt Verdammt Und ich habe sie eingesammelt Cool Ey, sag mal Das ist aber für mich zu kommen So wie du mir So ich dir Alter Scheiße, ey Hör auf, hier die Kombo rauszuballern, Alter Mann, was vollst du mir denn Du, haust Komm doch mal Und jetzt mal abhauen, Alter Haust du ab, Mann So Hier nimm die scheiß Blume Nochmal vielen Dank für die scheiß Blume Hier So Und du sagst auch tschüss Nimm die eure Blume Dann hat UpSpecial UpSpecial So Hier muss ich erstmal meinen Gamertag einstellen Jack Levin Cool Freigespielt Das hat er rastet aus, ja Übrigens Chili Deluxe Dankeschön für deine Geschenke von meiner Wunschliste Dankeschön Die kam heute an Vielen, vielen Dank dafür Hat mich sehr gefreut Und Schmuzi auch So Also Gruppe Gamer Name Gamertag Erstmal aktivieren So Spieler 1 Bin ich Spieler 1? Ich bin hier Marcel Up3 So Dankeschön I am the Collector Für deinen 12. Resub Dankeschön Ein ganzes Jahr lang Vielen, vielen Dank So Wissensboom